dass sie Gottes Liebe weitergeben können und dass wir bereit sind, uns durch sein Wort und durch sein Reden verändern zu lassen. Es lohnt sich. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten? Hat der Herr Wohlgefallen an tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es sei dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott? Lieder, die Vertrauen schenken. Lieder, die ihren Glauben stärken. Gerd Medien präsentiert. Eine erlesene Auswahl der 30 beliebtesten Gottesdienstlieder. Lieder, die sie gerne hören. Lieder voller Tiefe und Bedeutung. Diese Doppel-CD mit den schönsten Gottesdienstliedern verbreitet Zuversicht und Hoffnung. Holen Sie sich diese einmalige Liedsammlung nach Hause. Stimmen Sie ein. Und singen Sie mit. Genießen Sie die 30 beliebtesten Gottesdienstlieder für nur 19,99 Euro. Wenn Sie jetzt anrufen, erhalten Sie diese beiden CDs zum exklusiven Vorteilspreis von nur 14,99 Euro. Sparen Sie 5 Euro. Wählen Sie 0800 5 2020. Sichern Sie sich dieses besondere Angebot. Wählen Sie 0800 5 2020. Rufen Sie jetzt an. Alle kleinen und großen Entdecker aufgepasst. Jetzt gibt es das Mein-Bibel-Entdecker-Buch. Hier werden sie vorgestellt, die vielen Helden aus der Bibel. Darunter David, der gegen Goliath kämpft. Johannes der Täufer, der Jesus am Fluss tauft. Oder Paulus, der auf seinen Reisen spannende Abenteuer erlebt. Es geht um viele Fragen. Wie konnte Noah 950 Jahre alt werden? Was sind die 10 Gebote? Wer befreit Petrus aus dem Gefängnis? Das und vieles mehr gibt es jetzt zu entdecken. Zum selber lesen oder lesen lassen. Das Mein-Bibel-Entdecker-Buch. Jetzt erhältlich in Ihrer Alpha-Buchhandlung. Nobi Vital. Nobi Vital. Altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholestrinwerte gesunken. Blutwerte sind normal. Ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs. Vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Biere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 erhält Ihre Herzfunktion. Nobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit. Und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sehr verehrte Flughäste, hier spricht der Kapitän. Herzlich willkommen, meine Crew und ich wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Bitte vor, Sie gehen. Verscheren Sie einem notleidenden Kind ein unvergessliches Weihnachten. Packen Sie jetzt Ihren persönlichen Schuhkarton. Alle Infos finden Sie unter weihnachten-im-schuh-karton.org Eine Aktion von Geschenke der Hoffnung e.V. Weiter sagen. Ja, am Morgen des 18. August stand mein Mann außergewöhnlich früh auf. Er ging dann in den Garten und schnitt fast alle Rosen ab, verteilte sie in der Wohnung in Vasen und auch im Treppenhaus. Ich wunderte mich darüber, aber ich fragte ihn nicht, weil er gerne für Überraschungen sorgte und ich vermutete, dass wir Besuch bekommen würden. Er kam dann zu mir und sagte, Christel macht doch jetzt für uns ein vorzügliches Frühstück. Wir frühstückten dann ausgiebig, es war ja Ferienzeit und auch unsere Töchter waren dabei. Als ich dann später im Schlafzimmer die Betten machte, kam er zu mir und nahm mich so in die Arme und fragte, hast du mich noch richtig lieb? Ich sagte aber ja, das musst du doch spüren. Liebe Brüder und Schwestern,